So, Kniechen noch mal runter, Füße hochziehen. Ja, so, hier haben wir 5 Zentimeter Bekkenschiefstand. Kannst du noch mal nachdrücken, die Knie? Danke. Daraus resultierender Beinlängendifferenz. Ein schwerer Fall, der unbedingt behoben werden muss. So, meine Liebe, ich bin bei dir. Wir schauen uns das jetzt mal an. Am besten, du schläfst deine Augen. Natürlich gibt es da ganz, ganz viel zu tun. Allein in der Brustwirbelsäule. Da stimmt gar nichts. Es ist so extrem verdreht. Wenn man paper with all the things, I wrote it down. So, ich gucke mal, meine Liebe. Wir sind angekommen. Wenn das Knie noch ein bisschen runter macht. Es hat sich nicht bewegt, aber sich der Fuß bewegt. Das ist wieder. Weil die Fers aufgeliehen hat. Nein, aber es hat währenddessen ausgeschaut, als wäre das so. Man spürt es auch ein bisschen. Kann es sein, dass man das so leicht merkt? Ah, es ist ganz viel in dir passiert. Ich habe auch gespügt. Extrem viel. Wenn man so viel hat, ist es wahnsinnig. Wir zeigen dir den Spiegel. Du hast heute ein neues Leben gekriegt. Denn das war kein Leben. Mit diesem Schiefstand, Spätschäden ohne Ende. Ich habe dich gerettet. Wir haben dich gerettet. Ich gratuliere dir. Dankeschön. Gute Abend. Bis 60 gekommen sind. Ja. Ich stelle dir mal vor, was da alles für Zustände. Ein Wunder. Und eigentlich habe ich ihr Leben gerettet. Und das mache ich gerne. Danke, Anne.